willkommen zurück liebe leute und gemeinschaft hier so dienst viele freige mit dem meeres natürlich euch die zuschauen so es geht weiter nachdem wir kapitel 3 angefangen haben wir dürfen in die wälder von ende dürfen rumlaufen und goblins und der gleichen vermöbeln also bei denen wir keine zeit und tun eben jenes guter move und das war es der erste wird es eigentlich immer gleich oder ja wie steht es denn mit dem nächsten fähigkeit man die kopf sie wahnsinn oder wiederkehr die dauer der beserker wurde das ist schlecht wo ich gerade schon nachgucke wir haben genau vier punkte was wir erhöht durch nahrung bekommen das ist doch echt sahnisch sondern wollen wir weiter ne hallo goblins ja den von denen würde ich jetzt eines kommentars der ware ganz nett also ich bin eigentlich durchgegangen aber naja okay ich glaube ich habe es recht raus schade naja mehr auf der seite schön okay das weiß so die letzte auch voll also wenn der boden liegt also mit dem kurzschwert einfach mal eine geben okay wir kriegen die vampir ring jetzt schon jetzt wir können uns ein bisschen heilen das ist doch schön heilung ist immer nice egal welcher form sie kommt auch habt ihr mir echt jetzt 64 schaden gemacht ja alles klar mach doch mal hallo ich bin nicht ich wollte eigentlich nicht den bereiche wechselt in die luft ist der echt nicht so alle das gefühl so im kampf eine ganze mal cool ich hätte gerne mori ich würde gerne habe ich anfangen so zu kochen gericht ja rezept für nusskeks knusper knusper knäuschen wer knabbert an meinen häuschen rosmarell und ei ja als ob ich das machen würde rosmarell für sowas rosmarell ist einfach viel zu wertvoll für so ein zeug was man mitnehmen kann man kriegt dadurch keinen bonus also und auf ein neues bienenstöckchen so mit das glaskanonen die bienchen man ja noch einmal betreffens schön perfekt oh gott da gibt es noch ein bisschen mehr na das habe ich gesehen zu treffen das ist echt präzise arbeit mit groß hier okay sondern keine weiteren bild kommen ist cool ich sage so da kommt gerade eine bühne wieder raus nee du kommst gar nicht jetzt verstecken mein lieber ein ei und ein brötchen na da möchte dass wir was kochen damit trauben kerne okay noch ein traubenkern wenn wir zugeschmissen von trauben kerne oder so der erste rast platz wir schon mal langsam ganz nett gehen wir mal gehen auch dem gebären der erste runde die kleine kurde zum mittag aber 11 noch cool so schön wir nehmen mit nächste runde grüß ok wir haben das funktioniert irgendwie nicht mit denen ok das war aber auch wenn jetzt fähigkeit ist das der sehr kaputt dauert länger das ist irgendwas anderes ein zauber vielleicht wieder fluch quelle wende schwarzer flammen lodern für eine weile 21 20 wir sind echt wende ich dachte so eine schattenfeuer wand aber anscheinend war noch zwei macht es für mich jetzt nicht unbedingt wirklich besser aber wir nehmen was wir kriegen können ein mal eine traube nur kurz in aktiviert da ist war der beste wenn du ja das wir 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 Du hast so eine schwelle Glare. Du hast so eine schwelle Glare. Jam, jam, jam. Auch knusprig, innen, saftig. Das ist immer schön. Nein, ich wollte nicht noch mal mit dir reden. Hallo, ihr Nubini. Da ist er, der Beste. Das ist ein Glück, dich zu treffen. Sicherlich, du kannst nicht mit einem stetschen Look wie das. Würdest du versuchen, ein Mehl, das ein Schmerz auf deinem Gesicht schenkt? Oh, eine neue Sprache? Ja, das ist auch so ein Knuddeln, oder? Jetzt dann. So, was haben wir denn hier? Allraunensalat. Doof. Na, wir haben noch keinen Milch. Dann Nusskeks. Warum soll ich das machen? 400 Erfahrungspunkt ist. Das ist das. Aber da ist mein Lieblingsessen. Kandierte Mango. Juhu. Ja, mehr Kandierte Mango. Noch ist das gut. Gleich nicht mehr. Ähm. Ach, komm. Allraunensalat. Kann man zumindest ein bisschen machen. Ach, Kasana. doch fliegen die level die erfahrungspunkte aber das level noch das reicht 15 ist so ein gutes level hat mich etwas gefunden was wir trauben brauchen aber wir haben brötchen bis wir ein hühnchen gemacht haben da klingt mein so dass ein hühnchen geworden lecker auf den grill bedienen hallo aber jetzt schön anderer seite er macht das mit schaden in dieser form sich nicht mehr feierlich nein so schön zum ausweichen da komme ich angesaußt sehr kaputt und ich glaube der kampf ist vorbei ich meine wir haben auch nur noch 350er kommen wo kein problem ich denke ich habe gut beendet damit wir noch ein bisschen was haben gerade nachdem so gestärkt wurde ich bin ich es auch nur drei sterne boss muss man ja auch ganz ehrlich sagen und weiter geht's ok da kommt so ein paar aber leider bis zu klein für diesen ruf der standard granatapfel der gefühlt immer dabei ist so jetzt eigentlich noch mit der die andere seite auch geklärt haben tatsächlich muss echt man die korpsie oder gemeisterkette schon das ist auch eine passive also bräuchte erstmal seine version gar nicht auszugeben genau fünf punkte für den rabatt das sehr ausgerechnet charme lernen kann das ist ja auch eher so fragwürdig wenn man bedenken wie die leute den bisher naja behandelt haben oh ich hätte gerne eine größere tasche und da ist auch der mantik chor aber wahrscheinlich nicht der man die kurde in die gemeint haben ja cool ja cool noch mal ja trifft mich halt mehrmals kein problem aber immerhin können wir uns ein bisschen gegenheilen ah jetzt in die luft mit dir schön die combo verlängern meine freunde und da wir in der luft sind besser kaputt aber damit war es aber sehr kaputt aber wir haben richtig viel schaden an das war ausgerechnet der move den ich nicht machen wollte ja ausgewichten perfekt mit einem ausweich so und das war es das einfach um den herumtanzen so gut schaden machen kann nein andere richtung danke control stick bei sowas ist manchmal ein bisschen naja widerspänt sich das war nicht der mantikor der gesucht wurde wahrscheinlich der da das ist ja eben stärker kostet kann man durch die fähigkeiten benutzen hallo schmetterling ja dankeschön als üblich möchte mich auf den auf der reise begleiten natürlich tränke umher schmeißen naja vorg ist ein bisschen zu klein aber das war es noch nicht ja das war perfekt jungen aber jetzt tschüss 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 habe ich gesagt noch eine runde hallo ein paar tränke würde mal aber die nächste rastzone ja und da haben wir unseren mantikor naja ich sollte wahrscheinlich erst auch noch diese dort machen wieder mit fucking team wirklich muss dort sein und erst noch die bären kümmern so jetzt ok die bühne wurde schon aner sitzt ihr dann auch gestorben ist hallo brisley wochen man jetzt kommt ist die folge aus den bäumen kann man direkt weitermachen da waren zweifelig super bären dabei jetzt aber und kommt eine bühne rausleidert dann ist es nur ein schatzforum getragen cool ich meine warum sollte eine bühne nicht auch eine schatzforum tragen ist ja ganz verständlich ist ja nur ungefähr zehn mal zu schwer wie die bühne obwohl der größenfassung wobei wir sind auch leicht wie sonst was ich bin ja gar nichts okay dann wollen wir uns mal diesen mantikor entgegenstellen wofür sind wahrscheinlich zwei natürlich sind es zwei sondern noch ein schatten hey durch prügel power weiter geht's never stop never surrender und andere also sind beide hier drin nein ich nehme ich mit augen okay dann hat nicht du warst das okay das lief nicht ganz so perfekt wie es mal haben braucht okay ich prügel mich einfach mal hier durch oder gut kein kein problem ich nehme den schaden doch mehr prügeln aua 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 cool das hat die jetzt nicht so interessiert aber neu ist weil wir lernen nicht durch unsere fehler warum auch wäre doch langweilig okay noch einmal volles rohr volles roh ich habe jetzt ein bisschen früher aufgehört anscheinend nicht so schön okay der eine ist abgehauen kein problem hauptsache ich nehme einen mit oder dann auch irgendwie nicht so hauptsache ich nehme den einen mit oder auch nicht so hauptsache ich nehme den einen mit hauptsache ich sehe gar nicht dadurch diese goblinis mussten uns natürlich auch vergiften essen wäre jetzt nicht so clever was wir haben hier schon mal scheinen also habe sie zumindest betäubt ja okay dann nicht aber ein neues hauptsache das war ja event voll verdammten goblins ausgerechnet von allen gegen die das ist natürlich nicht voll schmeißen mit den behinderten deutschen oder wurf messern oder was auch immer man haben möchte vom stufe 2 vergiftung mal weiter aber wird schon nicht so heilen wenn man so hart vergiftet ist die spitze nämlich gar nicht ja gut wenn ich natürlich direkt gestand werde ist cool hauptsache drücke was da brauchst du dort kommen wir mal schön dass ich was gedrückt habe und der hat einfach nichts gemacht okay das liefert schon mal spitze verdammten goblins da ist ein bisschen über meine ganze besser kaputt ist ja schon wächst cool ja danke ja warum greife ich euch an wenn ihr so drauf scheißt cool nett so was ich bin natürlich einer drüber so cool wie der ist wechsel bald die richtung mehrmals das war ein crit und dann verwandelte sich zurück voll nett ja noch einer danke danke bis dann naja cool noch mehr ich brauche mal kurz Zeit ich habe die eigentlich gestand eigentlich aber die die sind ja gar nicht dafür dass ich es dann haben könnte weiter gehts noch mal kein problem kein hp kein problem ich habe dachte man gebot kein hp 190 da hat sich ja richtig gelobt zu halten das heiltrank dankeschön ja geil richtig rein da ja egal rein da ja und verloren beide fresse ist das ein behinderter kampf aber so hat von behindert auch schon mal angesetzt schön magie einsetzen noch einmal die einsetzen ich habe meine luft ist ziemlich nice ehrlich gesagt habe okay cool haua 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 schön dadurch dank des ausweichmanövers von dir ich kann ja gar nicht mein inventar aufrufen nehme ich mir zumindest einen schön vor red und weg block der gerade zweimal mit der scheiße an schaden muss jetzt essen noch einmal noch einmal vor 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 nach kommt schon fucking goblins ich hatte es gerade so ich hasse diese goblins unglaublich abnormal behindert die sind habe ich wieder beide ich habe wieder beide schön weitermachen ich habe natürlich auch noch einer von diesen behinderten goblos oh gott ich habe schon gesehen dass wird angeschissen kommen seit ihr säcke ich werde von der anderen seite schon kommt schon kommt schon kommt schon wieder ein luft aber das wird er nicht überleben die luft nehmen können einfach mal herkommen so jetzt kommt erst mal die goblins kümmern blocken blocken ach so der block da ist dem egal kommt schon ja für den brauche ich das jetzt nicht mehr ich habe gesagt für den brauche ich noch nicht mehr so geht doch meine güte pain diese behinderten goblins mit ihrem schluss wurf deutsch werferei meisterkette natürlich auch direkt auf max schön können wir dich jetzt auch noch auf max bringen jawohl stufe auf maximum aber noch irgendwelche versorgen nein meine güte was ein kampf krampf aber alles aber würde sagen ja die fahre nehmen wir noch mit schön er damit na gut aber ich würde sagen hier machen wir kurz vor ende machen wir eine pause ich hoffe es hat ich gefallen ich hoffe ich hatte wieder beim nächsten mal jetzt wieder heißt und es viele frische mit mir dem mehr ist dass ich euch auf den zuschauern hier auf dem schwarzen schwierigkeitsgrad also weil es euch bis hin gefallen hat dann abonniert doch damit ihr nichts weiteres verpasst und wir sehen uns beim nächsten mal leute haut rein bis dann ciao